Herzlich Willkommen! Wenn Sie etwas Neues gelernt haben, dann wollen Sie auch wissen, ob Sie es richtig gelernt haben. Etwas in Ihrem Hobby, vielleicht einen neuen Tanzschritt. Habe ich das richtig gemacht? Das merken Sie vielleicht durch Rückmeldung Ihrer Tanzpartnerin oder Ihres Tanzpartners. Feedback gehört also ganz essentiell zu einem Lernprozess dazu. Und wir haben das bereits kennengelernt als ein Teil der tiefen Dimensionen des guten Unterrichts. Unterrichtsqualität hängt von diesen tiefen Strukturen ab. Classroom-Management, konstruktive Unterstützung und kognitive Aktivierung hatten wir kennengelernt. Und Feedback ist eine zentrale Form, um konstruktive Unterstützung für den Lernprozess für Schülerinnen und Schülern im Unterricht umzusetzen. Hetty, der bekannte Autor der Mega-Analyse des weltweit vorhandenen empirischen Wissens zu gutem Unterricht, er sagt ganz deutlich, Feedback ist eine der zentralen Faktoren für gelingenden Unterricht. Er hat eine eigene Meta-Analyse gerechnet und diese Studie nochmal aktualisiert vor wenigen Jahren. In dieser Studie wird also herausgearbeitet, dass konstruktive Unterstützung ein ganz wesentliches Element für gelingenden Unterricht darstellt. Und wir wollen in diesem Video uns einmal anschauen, wie sollte Unterricht gestaltet sein, damit ein solches Feedback gut gelingen kann? Welche Faktoren machen Feedback zu einem erfolgreichen Unterstützungsprogramm? Und wie kann ich als Lehrkraft solches Feedback tatsächlich selbst gestalten? Das wollen wir uns näher anschauen. Was macht also effektives Feedback aus? Dieser Frage ist Hetty mit Mitarbeitern intensiv nachgegangen. Und er sagt, man kann zunächst mal vier Formen unterscheiden. Die erste Form einfach eine Rückmeldung zur Aufgabe selber. Aufgabenbezogenes Feedback sagt, richtig gelöst, richtig bearbeitet, richtiges Ergebnis. Eine Form. Die zweite Form, die bezieht sich auf den Lernprozess selber. Konzentriert gearbeitet, die Materialien gut genutzt, gut die Informationen verarbeitet, schlüssig dann zum Ergebnis gekommen. Das sind Rückmeldungen zum Lernprozess. Die dritte Form des Feedbacks fokussiert die Selbstregulation. Wie steuert sich der Lernende selber? Wie gibt sich eine Schülerin die Struktur für den Lernprozess? Und das hat natürlich eine ganz entscheidende Bedeutung für zukünftige Lernprozesse, wenn ich weiß, wie ich mein Lern gut strukturieren kann, wie ich da in guten Schritten vorgehen kann. Die vierte Form des Feedbacks nach Hetty bezieht sich auf die Person, auf das Selbst. Ich bin ein guter Mathematiker. Ich kann gut Geschichte. Diese Form hat oft auch so diese Nebenwirkungen, sich selber zu bestärken, aber auch kann vom Lerngegenstand selber ablenken. Und wenn Sie an Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarfen denken, die Schwierigkeiten im Lernen haben oder Schwierigkeiten haben, dem Unterrichtsprozess zu folgen, sie geben sich dann ganz oft ein negatives selbstbezogenes Feedback. Sie schrauben sich herunter. Sie sagen, ich kann nicht gut lernen. Ich bin ein schlechter Schüler. Und diese Formen des selbstbezogenen Feedbacks sind dann oft kontraproduktiv und demotivieren für zukünftige Lernprozesse. Insofern sollten wir eher diese drei anderen Formen fokussieren. Was macht gutes Feedback aus? Welche Faktoren führen zu einer guten, konstruktiven Unterstützung der Lernenden? Insgesamt zeigt Hetty, dass die Wirksamkeit durchaus sichtbar ist. Eine mittelgroße Effektstärke berechnet er. Und das bedeutet, wir haben durchaus eine wirksame, eine wahrnehmbare Verbesserung des Lernprozesses der Schülerinnen und Schüler. Was sind die Gelingensbedingungen? Was sind die Faktoren, die dazu führen, dass Feedback wirklich auch diese Wirkung hat? Einer dieser Faktoren ist der Informationsgehalt. Wie gut werden Informationen an die Hand gegeben? Wie reich an Informationen ist das? Also nicht nur richtig falsch, sondern welche Elemente sind richtig? Was ist besonders gelungen? Was ist an dem Prozess? Wo war es besonders wirksam? Wo waren vielleicht Probleme? Was war besonders zielführend? Aber auch deine Selbstregulation? Guck mal, da hast du sehr intensiv gearbeitet. Da hast du sehr konzentriert gearbeitet. Und da liest deine Konzentration nach. Warum? Du hättest noch mal Materialien nutzen können. Du hättest jemanden fragen können. Also solche Informationen, die diesen Lernprozess unterstützen, sind wichtig. Und auch der Zeitpunkt des Feedback. Feedback darf nicht zu weit weg vom Lernprozess selber sein. Sonst weiß ein Schüler gar nicht mehr, was er selber gemacht hat, auf was sich dieses Feedback bezieht. Also möglichst nah dran am Lernprozess selber dieses Feedback zu geben. Das wäre ein zweites wichtiges Kriterium nach Hertie. Auch die Auswahl des Mediums kann über Sprache erfolgen. Es kann Bilder geben. Es kann Signale geben. Auch das könnte eine Variationsform des Feedbacks sein. Auch die Formate können sehr unterschiedlich gestaltet sein. Typischerweise denken wir, dass die Lehrkraft der Schülerin dem Schüler ein Feedback gibt. Das ist natürlich auch weiterhin richtig. Dieses Feedback zu geben, kann sich auf einen Schüler beziehen, kann aber auch auf eine Lerngruppe, auf eine Projektgruppe oder auf die ganze Klasse bezogen sein. Da haben Sie schon mal verschiedene Variationsmöglichkeiten für Ihr Handeln, das Sie nutzen können. Sie können aber auch einsetzen ein Schüler-Schüler-Feedback, wo die Lernenden sich gegenseitig eine Rückmeldung geben. Hilfreich sind da natürlich so ein paar Kriterien, anhand deren Schüler sich gegenseitig eine Rückmeldung geben können. Dann aber auch eine Selbsteinschätzung, ein Feedback, wo Schüler für sich selber für ihren eigenen Lernprozess geben. Das ist durchaus auch ein Lernprozess selber, aber der macht Sinn. Sie selber ein Feedback zu geben, bedeutet, ich kann mein Lernen dann besser selber steuern, selbst regulieren. Insofern sind das ganz wesentliche Formate und hilfreiche Formate, die ich auch variieren und miteinander kombinieren kann. Damit haben wir so einen Überblick über die verschiedenen Vorgehensweisen, die verschiedenen Formate und Aspekte, die erfolgreiches Feedback ausmachen. Wie kann nun die Umsetzung von gutem Feedback aussehen? Welche konkreten Methoden gibt es? Eine berechtigte Frage aus der Praxis heraus. Eine der bekanntesten Methoden ist Two Stars and a Wish. Zwei Sterne und ein Wunsch. Zwei Sterne, die stehen dafür, was ist gut gelungen. Damit konzentrieren sie sich auf zwei Aspekte. Das ist für Schülerinnen und Schüler annehmbar. Das kann man verarbeiten, das kann man sich merken. Das sind die zwei Punkte, die gut gelungen sind. And a Wish, ein Wunsch. Was könnte man besser machen? Ein Wunsch. Ich wünschte mir, du würdest noch mal Rücksprache nehmen mit einem Mitschüler. Ich wünsche mir, du würdest noch mal dieses Material genauer anschauen. Ich wünschte mir, du würdest das noch mal vergleichen mit dieser Quelle. Two Stars and a Wish. Eine andere Methode wird GFT genannt. Gefallen, Frage, Tipp. Gefallen, das zeigt, du hast das verstanden. Du kannst das. Das hat mir gefallen. Die Frage, wie bist du denn vorgegangen? Wie hast du dieses Ergebnis gefunden? Wie hast du die Lösung denn entwickelt? Und Tipp, hilfreich ist, wenn du noch mal was nachliest. Hilfreich ist, wenn du dieses Material noch mal genauer anschaust. Hilfreich ist, wenn du noch mal mit einem Mitschüler über deinen Prozess des Lernens sprichst. GFT, Gefallen, Frage, Tipp. Natürlich gehen auch die klassischen Formen, eine differenzierte Rückmeldung zu geben. Ein korrektives Feedback vielleicht auch. Guckt mal, an der Stelle, da ist euer Poster nicht gut gelungen. Da steht ein Fehler. Das sollten wir noch mal verbessern. Also sowas differenziert an einem Lernergebnis natürlich durchzugehen, macht absolut Sinn und ist weiterhin eine der guten Formen des Feedback. Verlaufsdiagnostik. Kleine Übungsaufgaben, die regelmäßig gemacht werden, die man vielleicht selbstständig sogar auswerten kann, die ich oft mache und dadurch merke auch, wie mein Lernfortschritt sich vollzieht. Beim letzten Mal habe ich von zehn Fragen drei gut beantwortet. Dieses Mal schon fünf und beim nächsten Mal sieben Fragen. Einfache Fragen, die ich relativ schnell innerhalb von drei Minuten beantworten kann. Und die sich beziehen auf den Lerninhalt der letzten Woche. Eine solche Verlaufsdiagnostik kann man dann auch schön grafisch darstellen und das ist eine hohe Motivation für Schülerinnen und Schüler, diese Lernfortschritte selber zu sehen. Eine weitere Form des Feedback ist Self-Assessment, also Selbsteinschätzung und Peer Assessment, also die Einschätzung durch einen Mitschüler, eine Mitschülerin. Dazu geben sie Kriterien an die Hand, dazu bauen sie ein fünf Minuten Feedback-Gespräch ein oder eine Feedback-Reflektionsphase, wo sie anhand der Kriterien die Schülerinnen und Schüler anleiten, sich selber eine Rückmeldung zu geben. Das muss man einführen, da muss man die Schüler ein bisschen erproben, da muss man auch zeigen, wie sieht das gut aus. Aber dann sind die relativ selbstständig dabei, sich selber Rückmeldung zu geben oder in Form der Mitschüler-Rückmeldung, sich gegenseitig dieses Feedback an die Hand zu geben. Dazu gibt es verschiedene Ausprägungen, verschiedene Methoden, die man dafür nutzen kann. Das Kind erwischen, den Jugendlichen erwischen, wenn er es gut macht. Halten Sie die Augen auf, wann gelingt etwas und das sofort eine Rückmeldung geben. Zeitnah zu zeigen, guckt mal, wie konzentriert die Gruppe an der Arbeit, guckt mal, wie schön dieses Ergebnis ist. Guckt mal, wie Sie dieses Material benutzen. Das sind Formen, wo ich danach suche, wo sind die Gelingensprozesse. Und danach sich auszurichten, auch Schüler anzuleiten, sich gegenseitig zu beobachten, wenn sie etwas gut machen, das sind wirksame Verfahrensweisen. Sie selbst zu kontrollieren, seinen Lernprozess zu kontrollieren, nach fünf Minuten zum Beispiel einen Stopp machen, jetzt gebt euch selber mal ein Smiley, ich habe konzentriert gearbeitet oder ich habe eher wenig motiviert oder gar nicht motiviert gearbeitet. Solche Selbstkontrollkarten, wo ich das einfach ankreuzen kann oder mir ein Smiley male, helfen dabei, das selbstregulierte Lernen voranzubringen. Kurze Unterhaltungen über Aktivitäten und Interessen einer Schülergruppe können uns aufzeigen, wo besondere Möglichkeiten, besondere Chancen liegen. Und dazu auch Rückmeldung zu geben, ihr seid sehr interessiert an diesem Thema. Daran habt ihr große Lust, das zu vertiefen. Und da habt ihr hohe Aktivitäten gezeigt. Und das werden wir im Unterricht aufgreifen. Das sind Formen des Feedback, die Schülerinnen und Schüler nicht nur sagen, Aufgabe richtig beantwortet, sondern wie ist euer Lernprozess. Und wie habt ihr strukturiert, euch selber gestaltet, diesen Prozess erfolgreich zu bewältigen. All das führt dazu, dass Schülerinnen und Schüler insgesamt erfolgreich ihre Lernprozesse selbst gestalten. Und das ist ja unser Ziel. Dabei wünsche ich Ihnen und uns allen viel Erfolg. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, empfehlen Sie es gerne weiter. Aktuelle Informationen zu diesem Video, Literaturangaben und weiteren Materialien aus diesem Projekt finden Sie unter dem angegebenen Link oder bei twillow.de unter dem Stichwort OER Lehrkräftebildung. Dieses Video wurde unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht und ist zur Weiternutzung freigegeben. Weitere Lizenzhinweise entnehmen Sie bitte dieser Ansicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017